Callcenter-Support-Mitarbeiter kleinerer Unternehmen benötigen häufig mehr als Standard-Telefonie-Funktionen, wobei ein großes Contact-Center jedoch zu komplex wäre. Mit N-Monitoring-Queues können Callcenter-Agenten ihre Anrufaktivitäten nachvollziehen, ihren Arbeitstag steuern und sich rasch mit jenen Anrufen beschäftigen, die die größte Aufmerksamkeit erfordern. Support-Center-Supervisoren können die Anrufaktivität der Callcenter-Agenten überwachen, die Dienstplanung verbessern und Reportdaten zur Optimierung der Performance nutzen. Sie möchten Ihren Kunden besseren Service anbieten? Werfen Sie einen genauen Blick auf N-Monitoring-Queues. Es ist einfach, schnell und der Einstieg ist besonders leicht.